Emittergekoppelte Logik bezeichnet elektrische Schaltungen für Logik-Gatter in der Digitaltechnik. Als aktives Bauelement wird in diesen Schaltungen wie bei der Transistor-Transistor-Logik der Bipolar-Transistor verwendet. Allerdings ist die ECL-Technik wesentlich schneller, d, h, sie weist kürzere Gatterlaufzeiten auf. Nachteilig ist die hohe Verlustleistung und die Notwendigkeit einer positiven sowie negativen Versorgungsspannung. Eine Erweiterung mit geringerer Verlustleistung und welche nur mit einer positiven Versorgungsspannung auskommt ist die positive Emitter-Coupled-Logik. Eine leistungsarme Variante der PECL mit niedriger Versorgungsspannung im Bereich unter 3,3V stellt LV-PECL dar. Anwendung Aufgrund ihrer hohen Leistungsaufnahme sind ECL-Gatter nicht für VLC-Schaltungen, also extrem hohe Integration geeignet. Sie werden jedoch gezielt dort eingesetzt, wo es auf extrem kurze Schaltzeiten und oder konstante Stromaufnahme bei häufigen Gatterwechseln ankommt. Also beispielsweise in einer besonders schnellen Alu eines Mikroprozessors. Allerdings wird die ECL-Technik in einigen Bereichen zunehmend von der immer besser werdenden CMOS-Technik abgelöst. Ein weiteres Anwendungsgebiet für ECL-Technik sind Basstreiber für extrem schnelle differenzielle Signalübertragung.